Seit 90 Jahren mischt Minnie Mouse im Filmgeschäft mit. Jetzt hat die weltberühmte Mouse endlich einen festen Platz in Hollywood bekommen. Und zwar einen Stern auf dem Walk of Fame. Um genauer zu sein, den 2627. Stern auf dem wohl berühmtesten Boulevard der Welt. Unter den Gästen befinden sich neben hunderten Fans, Prominente wie Katy Perry und Heidi Klum. Natürlich, wie könnte es anders sein, im passenden Minnie Mouse Outfit. Die bekannte Figur aus Trickfilmen feiert heuer ihren 90. Geburtstag. In Walt Disneys Schwarz-Weiß-Film Steamboat Willie hatte die Mouse 1928 ihren ersten Auftritt. Seitdem spielt sie in mehr als 70 Filmen mit. Minnie ist erst die dritte weibliche Zeichentrickfigur auf dem Walk of Fame. Männliche fiktive Figuren wie Bugs Bunny, Donald Duck, Kermit der Frosch, Mickey Mouse und Winnie Pooh dürfen sich schon seit Jahren über einen eigenen Hollywood-Stern freuen.